Hallo und Herzlich Willkommen wieder zu BattleBlock4ter Genau! Das ist toll wenn man den Spiel da nicht mehr weiß! Genau! Das ist einfach das lustige Spiel mit den Pippen und dem Octobus-Ton Hallo Leute! Euch Herzlich Willkommen zum zweiten Part schon mittlerweile Wir machen hier das BattleBlock4ter unsicher mit unseren krassen Gaming-Skills Und übertroffen Ja übertroffen Wir machen das einfach alles hier Und wir kaufen uns jetzt ganz ganz tolle Sachen Also ich kann mir keine kaufen weil ich die Sachen alle schon gemacht habe Ich kriege quasi nur die Steine die ich im ersten Run da als ich damals angefangen habe nicht bekommen habe Das heißt ich habe jetzt einen Stein und damit kann ich nicht viel anfangen Aber mach du mal kauf dir hier entweder Dreiecksköpfe oder Zylinderköpfe Oder ich komme nicht auf den Button sonst bis oben Oder vier Köpfe und Kreisköpfe also runde Köpfe Ich würde mal sagen wie viel hast du denn 20? Äh 35 Ja cool dann mach einfach mal eins bei jedem und dann nochmal gucken Hahahaha 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 Okay So ein Gandalf Warte mal kurz ich muss husten ich mute mich mal Hahahaha So Das hat damals Kong auch immer gemacht Hahahaha Hahahaha Was ist das? Hahahaha 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 Siehst du jetzt bist du oben komm wieder zurück Jo So So Sehr schön Ja So Was haben wir hier Feines? Was kriegen wir hier? Hahahaha Hahahaha Oh ja ein Baby Nein eine Prinzessin mann Achso das ist eine Prinzessin Meine Prinzessin Ah eine Prinzessin Hier komm Mach doch hier Zylinderkopf Geht leider nicht Ich habe nur noch 5 Ohhhhh Ja Ja cool okay cool Okay dann wechsel mal deinen Kopf Dann mache ich das auch Äh Das war Einstellungen Das ist das ist das ist ein Einstellungen Verdammt ich hab ein hüppiges Ähm Pirat Ein Hase Ich nehm den Gandalf Nimmst du Gandalf? Soll ich mich anpassen? Hast du auch einen Gandalf? Ich such auch etwas Bärtiges Oh! Franzosen Also das ist auch mit Bart aber das sieht wenig geil aus Ähm Ein Zigarettenkopf, ein Sternenkopf, eine Ameise? Äh Okay Ich schau mal da was ich da so magier mäßig finde Ich hab ein Frosch Ähm Rotkäppchen Ich finde halt Rotkäppchen wäre ziemlich lustig Wenn ich ehrlich bin Ja Hab ich hier noch? Okay Ähm Taliban hier Achso Ähm Warte ich glaub ich nehm Ich nehm Rotkäppchen Wo war die denn jetzt? Verdammte Scheiße Ich glaub hier war die Da war sie Ja es sieht halt gut aus So ein alter Mann und so ein junges Mädchen ne? Ah Komm mal her Ja Oh Gott jetzt muss ich Angst haben Ähm Ähm Ja bitte lass mich in Ruhe alter Mann Ich möchte deinen Nein Hahahaha Better kill my self Okay Okay jetzt jetzt kommt das Witzige Ähm Wow Ich hab mich im Sicht dahin gebracht Warte mal kurz Warte mal Bleib mal stehen Bleib mal stehen Ja Ah Daneben Äh Äh Du kannst halt an die Wand poppen Da kannst du so dran drauf springen Ja, ähm, kauf dir bei dem rechten hier was. Ich hatte bei dem rechten immer mehr Glück. Okay. Ja, du hast den Hadouken bekommen. Ich hab was? Den Hadouken. Das gehst du jetzt, ähm, spiel dir das mal ein. Hä, du hast jetzt gerade mehr mitbekommen wie ich, was ich bekommen hab. Was, hä? Bitte? Wo hast du gesehen, was ich bekommen hab? Ich seh das am Bild. Welches Bild? Das ist über dein Kopf gewesen, ja, ja. Ah, ist so, okay. Ich hab da gerade gar nichts gesehen. Gut, stell dir mal die Waffe ein. Du musst darauf auf Spieleeinstellungen und dann ist das das dritte und vierte. Ja, da war ich... Ich find, den Waffenwechsel gibt's ne Taste. Du kannst nicht beide Waffen auf einmal benutzen. Ja, so ein komischer Ball. Ja. So. Na, wovor ich denn diese komische Waffe hab? Also ich mach das bei mir auf B, also auf... Ähm, out. Guck mal auf den Spielsteuerung kurz. Ja, dann muss ich da. Oder soll ich für dich gucken? Ähm, ja, Hilfe und Optionen. So wird gespielt, Steuerung. Oh, ne, du musst mal Steuerung gucken. Weil ich hab bei mir das Gamepad, also... Ah, wenn ich das was was steuere... Ba, 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 ba... Hilfe und Optionen, da. Ne. Da, da, da. Das sind Freunde. Ja, doch, Hilfe und Optionen dann Steuerung. Ja, ich war gerade bei Steu... äh, bei Freunden gelandet. Hier können wir auch handeln. Greifen... Also wenn du was Geiles hast, was du brauchst... Daffe einsetzen. Ah, ja. Ah, okay. Ah. Ah. Komm, ich bin dein Versuchskaninchen. Warte. Okay. Oh! Ja, das ist halt so nicht geil. Das sieht halt so nicht badass aus. So, dann mal weiter, oder? So. Äh, wir waren jetzt weiter. Mein Kind. Wir gehen jetzt weiter. Ja, okay. Lieber Opa. Aber bitte nicht mit. Wenn du artig bist, dann mach ich auch nix. Bitte nicht wehtun. Sonst tue ich dir weh. Ja, okay. Ähm. Hier. Mein Kind ist alles okay mit deiner Stimme. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, ja. Ach, das war so geil. Damals, ähm, hab ich mal mit meinen Abonnenten so'n Scherz-Anruf-Special gemacht. Ja. Dann hab ich mal gesagt, wer Bock hat, um Skype zu kommen, der kann gerne mal kommen. Ja! Oh. Und dann, ähm, kamen halt ein paar Leute zusammen und dann haben wir auch in einer, ähm, ja, was war da, so eine Sexhotline angerufen. Ja. Und dann haben halt die Leute gesagt, was sie wollen und dann stellst du dich da kurz vorn, fünf Sekunden. Der hat mich jetzt in den Blitz reingelegt, ne? Ja, der hat mich in den Blitz reingelegt. Ja. Und, ähm, ja, dann hab ich das halt so aufgenommen mit einer schönen Stimm-Verstellung, quasi. Mit so einer Stimm-Verstellung. Ja. Und, ähm, also wir haben uns dann sehr angreifend im Meter. Äh, der, äh, der gleichzeitig auch meine Logos macht, der Rager-Center. Ja. Der das auch mit Minecraft in diese 3D wegmachen kann, ne? Ja. Und der hat dann auch, ähm, seine Stimme aufrascht im Programm. Das hat sich so, so einfach realistisch angehört auch, ne? Und, ähm, dann war das am Ende irgendwie so, das, du musst mir helfen. Ähm, dann war das am Ende so, dass wir quasi an einer Schippe hatten, der irgendwie auf, äh, diverse, äh, Fetische stand. Ich sag jetzt nicht welche, weil ich leider nicht das genau Alter unserer Zuschauer weiß. Und, äh, auf jeden Fall, der mochte halt es, Schlechtverkehr zu haben. Du musst mich werfen. Und, ähm, oder auch nicht. Und, äh, ja, den haben wir dann lange an der Stimme gehabt. Und, äh, es war sehr lustig, äh, seine, seine Reaktion festzustellen, als wir quasi unsere Stimme dann nach unten gepitcht hatten und gesagt haben, wir lügen dich auch. Ja, 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 ah, nein, 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 ja, nein, ja, ja, okay, alles okay, alles okay, alles okay, pass auf. Ah, nein, ich fühl dich doch, ich bin tot. Why? Warte, Timing! Nein! Ich muss noch Timing haben. Warte, pass auf. Ohohohoho. Wir müssen uns werfen. Da habe ich mir auch gerade überlegt. Ah, komm. Ohooh, du... Ui... Du musst das Schiff runterschubsen. Komm, Gandalf. Warte, oder? Immer nur einer. da habe ich mir auch gerade gedacht da oben der und der hat uns markt für uns sie müssen wir töten ok jetzt wird mit einem elektro ding macht sich kein schaden nein ich habe es ist halt wäre sehr blöd wenn der stein dann weg ich bin ein sprecher der sowohl nein nein wir waren noch nicht fertig wir haben noch gar kein volknoll nein volknoll wir müssen ein level eigentlich noch mal machen böses kindchen wo ist das volknoll wo ist es denn ja wir haben doch alles wann haben wir lassen geholt ich hab den letzten diamanten gerade noch schnell geholt na cool komm opa wir gehen pass auf frisbees warte mal ich habe damals gelernt bekämpfe feuer mit feuer runter von mir opa später wenn keiner zukommt ok wo machen wir uns denn eigentlich den glück hey bist du bist du bist du bist du und nein was ist denn da weg 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 witzig bitte der opa der jedes mal starb ja der ist eilig der junge stirb katze stirb au ok cool wow ok das ist ja das müsste jetzt alles recht plötzlich auflaufen ja sehr schön ja können wir auch ablaufen ähm wait äh ich versuch was ich will der wolke versuchen können wo bin ich zum toll äh warte mal ach das ist der volknoll oh scheiße du musst kommen nein warte mal das ist was sie sagte ja gut äh geh geh mal bitte bevor das es gerne gehört hat ähm geh mach mal bitte äh den block oben oben ja du musst oben drauf springen opa der opa leidet an demenz ja ach ach aber es passt wunderbar bleib so why so ok jetzt kannst du äh schaffst du das bin ich ganz sicher was ist das was ist das was ist das scheiße was ist scheiße was ist scheiße ach nee wir haben halt sich teilweise nicht richtig im Throws ach scheiße ok ok komm du bist zu langsam ich bin alt ich darf das ich bin jung äh und hab ne Kappe auf aber das ändert sich jetzt der Mops ist halt der beste ähm welche welche Maske fandet ihr denn bis jetzt am besten schreibt das doch mal bitte in die Kommentare wird mich bis jetzt mal echt interessiert ist doch klar Gandalf der Gandalf oder der Mops welcher ist besser komm ja ich weiß ich komme mir immer sehr sehr blöd immer vor wenn ich sage ja ich stehe auf Mops oder ich mag ich mag die Mopse halt echt oder Mops oder mobs ich mag den Hund okay oh ma Mein Gott, ich rette mich hier immer weiter, nehme ich eigene Scheiße mit. Stinkt ziemlich, haste recht. Warte, da oben ist doch ein bisschen... Oh, das klappt bei mir nicht. Ach so. Ja, man könnte es natürlich auch einfach machen, aber einfach ist zu langweilig, oder? Haben wir nicht irgendwas? Nein, nein, ich glaube, wir haben alles. Sicher? Nein. Ich glaube, wir haben einen übersehen. Kann gut sein. Aber das ist auch nicht so schlimm, man kriegt recht viel. Und? 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 Ja. Wir haben eine übersehen. Schade. Immer siegen.